Ja, dann dürfen wir euch alle herzlich begrüßen zum siebten Spieltag in der vierten Liga, zum Oberpfalz-Derby, zum Topspiel in der Regionalliga Bayern. Mein Name ist Matthias Geißler, neben mir ist der Andi Lautenschlag. Andi, servus heil. Zurück auf Pallionis wieder. Der sucht jetzt jemanden, den er vorne anspielen kann. Push bietet sich da an, kriegt er den Ball nicht. Pallionis versucht jetzt mal mit dem ersten weiten Ball raus auf Hesse. Hesse gewinnt das Kopfball-Duell, aber der Ball landet bei den Ambergern, die jetzt einen Gegenstoß injizieren wollten. Ball abgelaufen von Pallionis und jetzt ist er bei Philipp Pinke. Ja, man kann sagen, die Amberger verstecken sich überhaupt nicht. Stehen zwar mit der Viererkette ganz hinten ziemlich tief, aber der Rest steht relativ offensiv. Das sollte Platz geben, wie jetzt hier der Seitenwechsel auf Jan Schwarz, schön gemacht vom Push. Da ist immer noch Jan Schwarz, zieht in die Mitte, da ist Kevin Hofmann, da ist Ziereis, der steckt durch. Jan Schwarz, Jan Schwarz, Tor, 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 Tor für den letzten Mal in Regensburg und es war Uwe Hesse. Jan Schwarz stand schon allein vom Torwart, schön durchgesteckt. Und dann zieht er das Uwe Hesse rechts neben ihm, völlig blank steht. Der macht das nicht allein. In einem Derby geht man auf Nummer sicher. Blank rüber und Uwe Hesse, ja, der rutscht aus, aber versenkt das Ding aus, drei Meter gefühlt Entfernung. Ja, das war jetzt nicht mehr so schwer. Da kam ein richtig starker Plachpass in den Strafraum. Er war echt perfekt getimt. Du hast es gesagt, Jan Schwarz stammt eigentlich am Mutterseelen, alleine am Weltmeterpunkt, aber er entscheidet sich dafür, Uwe Hesse dieses Tor zu schenken und der sagt herzlichen Dank. Jetzt wird er angepfiffen, Marvin Knoll, der ist nicht allzu schlecht gedreht, der in Möglichkeit, Tor, Tor für den Jan. Und es ist Zierheis, der in der Torstelle. Ja, nach seiner kleinen Durststrecke darf er hier wieder zuschlagen. Dreistoß von Knoll am Tor, vorbeigezogen, weit. Das war aber ein Studierter, das hat man gesehen. Hinten wartet Hesse, Hesse bringt den Ball dann flach, drei Meter vor das Tor. Und Zierheis steht da, wo ein Stürmer stehen muss, hält den Schlappen hin und zack, 2 zu 0. Ja, was soll ich jetzt sagen, 13 Minuten Schmied, 2 zu 0. Ich bin ein bisschen baff. Ja, aber die Amberger haben jetzt nichts mehr zu verlieren, schießen auch zum ersten Mal. Und da muss Philipp Penke, da schimpft er auf seine Hintermannen, zum ersten Mal glänzend reagiert. Da war er aber auch gefordert. Kommt über die Linke aus dem Baden-Hofrad, überläuft ihn, trägt den Ball nicht, George flankt direkt in die Mitte. Finde den Strafraum niemanden, aber auf der anderen Außenbahn ist Hesse. Er flankt jetzt auch nochmal rein, da ist Hofrad, kommt nicht an den Ball. George versucht es, zweiter Ball bei Knoll, George an der Strafraumkante, zieht ab! Oh, Latte! Ein Riesending wieder von Jan George hier. Also dem hat sein Tor in Augsburg offenbar gut getan, denn das war eine ordentliche Granate, die er da gezogen hat. Da zieht ja so ein Ding aus den Schuhen und da ist Matthias Götz gerade noch am Ball und kann das Ding an die Latte lenken. Es war eine Flugbahn, die kannst du dir nicht vorstellen. Und der Eckball jetzt von der rechten Seite wird gedreht, denn mit dem linken Fuß kommt wieder gefährlich. Da ist die Schussmöglichkeit für Palliones, 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 abgefälscht. Ja, das ist jetzt schon souverän. Da ist Hofmann schön, da ist Siais, da ist Siais, Siais, Siais! Ja, da bricht er nochmal ab, bringt jetzt die Flanke, die ist nicht schlecht vor der Möglichkeit. Tor für Amberg. Tor für Amberg. Und auf einmal steht es nur noch 2 zu 1. Und eine halbe Stunde ist noch zu spielen. Und da war die Standardsituation, von der ich gesprochen habe. Spielerisch geht nichts, aber Standards gehen halt immer. Schlecht verteidigt, das muss man jetzt einfach so sagen. Und jetzt steht es hier nur noch 2 zu 1. Und das wird die letzte halbe Stunde dort tatsächlich nochmal spannend. Ja, Amberg jetzt, ja, schön von Uwe Hesse. Hier, Uwe Hesse zieht an, Uwe Hesse steckt durch, das Siais, das Siais, Siais, Siais bekommt nicht den Ball. Ja, George, 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 der ist da, da, da ist das Tor, jawohl, das ging jetzt schnell. Da hatte, da hatte der Ball so einen 3, der Ball, der schien schon verloren, landete bei Jan, George, der steckt rein. Und dann schlägt Siais schon wieder zu. Und ich denke, besser kann man nicht antworten. Die Amberger durften sich jetzt mal kurz freuen. Dann zieht aber Uwe Hesse seinen Tempolauf an. Und verunsichert dort die komplette Abwehr mit seinem Tempo. Spielt Katz und Maus mit der Abwehr. So ist es. Und auf einmal steht es 3 zu 1. Und die Amberger, ja, sie müssen jetzt kommen. Ob sie jetzt schon komplett aufmachen, weiß ich nicht, aber sie kommen über die rechte Seite, bringen die Flanke. Achtung. Und da ist Kurz gerade so dazwischen. Und jetzt landet der Ball bei Hesse. Schauen wir mal, wenn der den unter Kontrolle bringt. Ja, noch hat er ihn nicht. Also hat er schon, aber er konnte ihn nicht so unter Kontrolle bringen, dass er nach vorne spielen kann. Aber Siais hat ihn jetzt. Super Ball raus auf Hofrat. Der hat jetzt mal Platz. Hofrat geht in Richtung Strafraum. Hofrat, Bauerndrick wieder ausgepackt, spielt in die Mitte, spielt in Rhein und Siais. Ja, da ist das Koppfall, du ab und Siais. Und das ist die Entscheidung. 4 zu 1. Jawoll. Ja, Weltklasse gemacht von Hofrat. Wie du schon so schön gesagt hast, Bauerndrick, das hat er schon dreimal gemacht. Es funktioniert jedes Mal. Wir schaffen uns sie nicht unter Kontrolle zu bekommen, die Amberger Hintermannen. Und dann ist es eine perfekte Reingabe auf Siais, der den Ball in einem Fluchkopfball verwerten kann. Christian Sauerer verkündet jetzt die offizielle Zuschauerzahl. Wir sind gespannt, ob wir den Rekord brechen konnten. Den Zuschauerrekord der Regionalliga Bayern. Knapp war es, aber wir haben es geschafft. Wir haben den Rekord gebrochen. 12.689 Zuschauer sind gekommen. Das ist der neue Rekord in der Regionalliga Bayern. Sehr schön. Die 10 Minuten wird der Schiedsrichter trotzdem spielen lassen. Jetzt Jan George hat den Ball erkämpft und kann in Richtung Strafraum gehen. Jan George ist im Strafraum. Was macht er jetzt? Legt zurück auf Schöpf und... Nein, das gibt es ja nicht. Schöpf kommt da mit Metapunkt völlig frei zum Abschluss. Da setzt er den Ball knapp neben dem Pfosten. Vierte Ecke für die Amberger zu sein. Ja, wird von rechts gedrehten mit einem linken Fuß. Die kommt auch nicht schlecht. Kopfball. Wieder Tor. Wieder Tor für Hamburg. Da ist das 2 zu 4. Schauen wir mal, die Ecke wird reingedrehten. Wo ist Penke? Da ist Penke. Jawohl, bringt den Ball erstmal raus. Wird aber... Nein, gibt keinen. Ein Wurfzieher, alles kann den Ball nach vorne spielen. Findet Schöpf. Ja. Und jetzt Jan George. Jetzt können sie den Konter setzen. Jan George hat den Ball. Treibt an. Geht durch die Mitte. Spielt auf Schöpf. Schöpf ist im Strafraum. Und jetzt ist Tiefenbrunner da. Nein, er macht ihn nicht. Er macht ihn nicht. Leider hat es nicht sollen sein. Der aber schon wieder Ball gewinnt. Da geht Uwe Hesse. Uwe Hesse. Immer noch Uwe Hesse. Hesse, Hesse, Schöpf. Nicht drin. Was soll's. Das Spiel dürfte jetzt an jedem Moment rum sein. Wir führen mit 4 zu 2. Hauptsache die nächsten 3 Punkte werden eingetütet. Amberg versucht es nochmal. Oh, Achtung. Und was ist da denn los? Jetzt steht's 4 zu 3. Das gibt's da nicht, weil sie sich hinten anstellen. Unfassbar. Da läuft. Wer war das? Ich weiß nicht. Thomas Kurz oder... Ne, ich möchte jetzt da niemanden so weit an den Branger stellen. Irgendwer ist jetzt einfach am Ball vorbeigelaufen. Wodurch dann ein Amberger 5 Meter vom Tor völlig frei zum Schuss kommt. Schützrichter pfeift immer noch nicht ab. Ziereis kriegt den Ball. Nein. Amber in Form von Matthias Grötz den Torhüter springt den Ball weit nach vorne. Und jetzt ist der Schusspfiff da. Ja, das ist gerade nochmal gut gegangen. Vor allem, dass wir uns unnötig durch Standardsituationen selbst verschulden und unsere dann doch schlechte Chancenauswertung des Lebens sehr, sehr schwer gemacht haben. Nächste Woche. Nächste Woche, ja. Sachs gegen wen geht's? Ich habe keine Ahnung gerade. Wir werden auswärts fahren. Illa Tissnese. Stimmt, stimmt. Illa Tissnese. Illa Tissnese international wird es sein. Der Turmpunk wird für euch wieder mit dabei sein. Vielleicht wird die Mannschaft aber auch wieder von so vielen Fans begleitet wie in Augsburg. Das würde sie sicherlich freuen. Das hätten sie auch verdient. Sie gewinnen ja auch auswärts fleißig die Spiele. Also macht euch auf den Weg. Wenn ihr es nicht schafft, hört den Turmpunk. Unsere Kollegen werden definitiv für euch dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Wir zeigen, macht es gut.